Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales mit Wilbur und Ivo auf dem Weg nach Sordia. Ja, und wir sind im letzten Part ein gutes Stück vorangekommen, beziehungsweise nicht wirklich. Wir sind immer noch, ja, in derselben Stadt. Allerdings haben wir es geschafft, hier Nate zu befreien, beziehungsweise könnten ihn befreien, wenn wir wollen würden. Da Ivo ihm aber nicht vertraut und er sich alleine auf den Weg machen könnte, wobei ich mich frage, wie das funktionieren soll. Ich glaube, Nate weiß nicht mehr den Ort, also den Namen Sordia. Aber, ja, wie schon im letzten Part gesagt, wir brauchen wohl eine Karte, auf der wir Sordia selbst verzeichnen und einzeichnen können, markieren. Ja, und deshalb will ich sagen, wir machen uns jetzt daran genug gelabert, weiter geht's und ich wünsche euch natürlich viel Spaß. Ja, und ehrlich gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass dies im Magiaturm irgendwie geschehen muss, weil ansonsten sehe ich keine Möglichkeiten. Wir haben ja auch, das finde ich auch etwas merkwürdig, wir haben unser Tintenfass zum Beispiel nicht mehr. Wisst ihr noch, hier bei dem Sensenmann, da haben wir es ja gebraucht, ne? Aber, ich meine, wir haben nur unseren Namen geschrieben, wir haben doch sicher nicht das... Egal. Videospiellogik und so. Ja, das heißt, ich muss wohl hier irgendwas übersehen haben. Denke ich jetzt einfach mal. Ich habe aber keine Ahnung was. Im Grunde haben wir hier doch schon alles angesehen. Teleskop hatten wir doch auch schon betrachtet. Wie kommt der Erzmagier wohl dort hoch? Vielleicht hat er einen schwebenden Stuhl. Ja, ganz sicher, Wilbur, ganz sicher. Ja, wobei, das sieht tatsächlich ein bisschen hoch. Naja, gut, für einen Gnom sieht alles hoch aus, aber, äh... Gut, die Pflanze hatten wir auch schon, also die schwebende Blume, äh, hatten wir auch schon zwei, dreimal. Hm. Ich frage mich echt. Ich kann mit der Karte ja nicht mal mehr interagieren. Und hier steht zwar hinten fast, das kann ich aber nicht nehmen. Von daher... Hier ist gar nichts mehr, was ich nehmen kann. Ich muss, ich glaube, ich muss echt wieder mal kurz cheaten und die Hotspot-Taste betätigen. Weil... Es muss hier irgendwas sein. Oder, Moment mal, ganz kurz. Vielleicht kann Ivo das irgendwie dann selbstständig in ihr Buch schreiben. Aber das ist ja das Buch von Alistar. Den habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch Mordhimmer genannt, oder? Wegen dieser komischen Mumie in seinem Haus. Egal. Ähm, genau, Buch des Gremlins vielleicht. Wir haben die Insel. Das Buch kann uns nicht weiterhelfen. Ach so. Ja, super. Ganz toll. Ja, die Pflanze hatten wir schon beobachtet. Wir hatten... Wir haben doch alles hier. Oder sagt sie da nochmal was Neues, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Für Wesen aus Fleisch und Blut sind sie ungefährlich. Sie gehören zur Gruppe der vegetarischen Kannibalenpflanzen. Ja, whatever. Whatever. Ja, und hier hat es halt echt nichts mehr. Wo könnte ich... Wo kriege ich was zu schreiben hier? Also das würde ja theoretisch, ähm... Vielleicht beim Sensen mal noch rumstehen. Das ist hinten was. Also zum Zeichnen. Äh, aber... Da komme ich ja nicht mehr hin. Und außerdem, ganz ehrlich, eine ganze Karte zeichnen? Nachdem ich nicht mal den Weg gefunden habe? Hier mit Himmelsrichtung und so, hatte ich ja schon Probleme. Äh, ich verstehe es nicht. Ach, was? Papiere auf dem Schrank... Oh, Moment. Moment. Da sind Papiere auf dem Schrank. Landkarten, würde ich sagen. Ja, okay. Nevermind. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Kein Problem. Das sieht mir nach taktischem Kartenmaterial aus. Hier wurden Truppenbewegungen eingezeichnet. Vermutlich schon vor Jahren. Eine der Karten ist eine grobe Kopie der Karte an der Wand. Hervorragend. Ich markiere die Insel Sordia. Damit wissen wir, wohin wir müssen. Und unser Chauffeur sitzt draußen im Käfig. Worauf warten wir? Ja. Somit jetzt auf gar nichts mehr. Sehr schön. Ah, ja. Auf einer Karte ist die Insel Sordia markiert. Damit wissen wir, wohin die Reise gehen soll. Ja, das ist doch super. Das ist schön. Das heißt, jetzt können wir tatsächlich auch los. Ich freue mich. Denn das wird jetzt mit Sicherheit einen Szeneriewechsel bringen. Also auch wirklich mal raus aus dieser Stadt. Finde ich klasse. Na dann. Machen wir uns mal auf. Hoffentlich. Wir haben die Karte. Endlich. Dann geht es jetzt los? Holt uns gefertigst runter. Und dann Leinen los. Juhu. Da freut er sich. Oh, ein neues Kapitel. Super. Ah, das ist ja cool. Der versunkene Tempel. Verstecke Bugs. Klar bei euch? Ja, das muss der Eingang des Tempels sein. Was glauben Sie, wie lange die Reparatur des Triebwerks dauert? Ach, das ist schon etwas komplizierter. Ihr solltet nicht auf mich warten. Ist das nicht aufregend? Ein untergegangener Tempel voller Gefahren und Abenteuer. Ein verschollenes Artefakt und mutige Schatzsuche auf ihrer Reise. Hör zu, Wilbur. Du hast dich in Seefels toll geschlagen. Aber das hier ist etwas anderes. Das hier kann gefährlich werden. Ich möchte, dass du dich raushältst. Aber... Wenn ich dich brauche, rufe ich dich, okay? Aber... Das wird er mir übel nehmen. Aber ein beleidigter Gnom ist mir lieber als ein Toter. Ach so, ja, okay. Das heißt, wir... Also, Wilbur wurde aufs Absteil... Äh, Absteilgläse. Ja, genau. Aufs Absteilgläse gestellt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir müssen mal versuchen, hier in diesen Tempel reinzukommen. Und ich war gerade etwas verwirrt von wegen hier Artefakt-Schatzsuche. Ja, logisch, ne? Man sollte der Story auch ein bisschen folgen. Das Schicksals-Artefakt. So, gut. Wie gesagt, aber erst mal umsehen hier. Man will ja nichts verpassen. Och, ja, und gleich mal ein tolles Fisch-Skelett. Super. Das kann ich sicher mitnehmen. Wie kommt denn der Fisch hierher? Vielleicht hat ihn ein Seevogel angeschleppt? Oder es war ein fliegender Fisch. Sicher. So was gibt es. Opas Doppeldecker-Einheit im Krieg hieß, die fliegenden Höllenfische. Ja, lasse ich jetzt auch so unkommentiert. Ich nehme nur eine einzelne Geräte. Achso. Vielleicht kann ich so ein kleines, spitzes Ding mal gebrauchen. Hm, okay. Ja. Das. Ach, und gleich wie, äh, ne, wie ein Haken geformt. Okay. Ha, Weihnacht. So, Ivo, dann gehen wir über die Planke. Auch wenn das keine Planke ist, aber... Darauf stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Ah, okay. Mann, was bist du feige. Ja, vielleicht... Achso, ich kann den Wildbücher ja gar nicht auswählen. Der wäre ja klein und leicht, ne? Hm. Na gut, dann wird das wohl nichts sein. Da haben wir einen Wassereimer. Mit dem Eimer kann Kapitän Bonnet Wasser aus dem Meer hochholen, während das Flugschiff noch in der Luft ist. Was er dann damit macht, weiß ich allerdings nicht. Sich waschen zumindest nicht. Okay. Ja, interessante Konstruktion. Das macht ja eigentlich auch irgendwie Sinn. Während Fliegen einfach mal runter... hängen lassen, den Eimer und Wasser raufholen. Menschenschnüre sind so primitiv. Sie verdrecken, sie verfaulen, sie reißen. Ja, wie sieht eine Elfenschnur aus? Hier Regenbogenfarben und, äh, niemals... Wie soll ich sagen? Verfaulend? Ach ja, da regt sich jetzt, ähm... Nate gar nicht auf, oder was? Hm. Ja, mal den ganzen Eimer in die Hosentasche gepackt. Kennen wir ja auch schon, oder? So. Ja, eigentlich... Also, ich würde mal sagen, das muss mit dem Haken verbunden werden. Behaupte ich jetzt mal. Ich habe die Fischgräte ans Ende der Schnur geknotet. Jupp. Ich habe zwar keine Ahnung wofür, aber... Hey. Vielleicht müssen wir ja fischen. Kann das sein? Das wäre cool. Moment, da war doch was. Hallo? Arsch mich nicht. Ich sollte die Schnur lieber noch an einen Angelschaft binden. Ach so. Auf diese Weise ist das Risiko geringer, dass sich die Schnur in der Felswand verhängt. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Das geht doch sicher auch mit einem Haken und mit einer Schnur alleine. Ganz ehrlich. Das Meer hat den Tempel und das Artefakt der Schicksals verschluckt. Wenn alles gut geht, werden wir es ihm heute wieder entreißen. Hm. Eins kann ich euch versprechen. Heute nicht mehr. Ähm. Okay. Ja, hier. Ich habe es schon gehört und auch gesehen. Ein Bienennest. Das Bienennest ist eindeutig bewohnt. Hier schwirren überall Bienen herum und machen den Feuerfeen den Nektar streitig. Ach, Feuerfeen. Interessant. Ja, ich mache das jetzt sehr ungern, aber ich glaube, ich muss diesen Bienenstock mit dem Wasser einmal... Der Eimer ist zu groß. Ich will ja nicht gleich das ganze Nest zerstören. Die Bienen würden mir das übel nehmen. Hä? Du sollst doch nur ein bisschen Wasser hier rüber kippen. Da ist doch Wasser drin, oder nicht? Der Eimer ist etwa halb voll mit Wasser. Ja, siehst du? Hm. Da sind Nischen. Hm. Hier Nischen, die um das Tor herum angeordnet sind. Oje. Unter jeder Nische stehen einige seltsame Zeichen, die ich nicht lesen kann. Aber unter denen stehen auch Worte in der alten Sprache. Wesen der Luft, würde ich das hier übersetzen. Wesen der Luft. Vogel. Biene? Wesen der Erde, steht da. Wurm? Ich habe doch keine Ahnung. Eine Kartoffel? Unter dieser Nische steht. Wesen des Feuer. Hm. Okay. Wesen des Wassers steht an dieser Nische. Fisch. Okay. Ja, was muss ich jetzt, äh, hier einen Fisch, äh, blablabla, blablabla, das versuchen wir nochmal. Muss ich jetzt hier einen Fisch reinlegen? Zum Beispiel. Hm. Ich soll in ein Bienennest greifen und Honig stehlen, während die Bienen im Nest sind? Ja. Ich verzichte. Ach, ein Gott. Außerdem fehlt mir ein Behälter für den Honig. Hm. Ja, du könntest natürlich auch den Eimer ausleeren. Oder auch nicht. Hm. Moment, Wesen des Wassers. Kann ich nicht einfach... Ach, das war ja Wesen des Wassers. Es war nicht Wasser alleine, ne? Verdammt. Hm. Tja, aber viel mehr hat sie auch gar nicht. Ich kann... Ach. Ja, okay, gut. Ich kann auch mit Nate sprechen. Machen wir jetzt auch noch. Kapitän Bonnet? Hm? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie das Luftschiff reparieren? Klar. Wieso denn nicht? Es rieselt Brötchen, Krümel. Sagen Sie mir nicht, wir sind diesen Umweg gestern geflogen, um Brötchen für Sie zu holen. Wo lenken Sie hin? Also war es nur Unfähigkeit. Das dachte ich mir. Wollten Sie mir das Glas an den Kopf werfen? Hallo? Ja. Da haben sich zwei auch sehr lieb. Ja, aber gut. Das heißt, wir haben jetzt auch einen Behälter. Sehr schön. Ein kleines Glas mit einem Deckel. Es gibt noch Spuren von Marmelade, aber nur noch ganz wenig. Ja, ob man damit nicht vielleicht eine Biene fangen könnte, oder zwei oder drei. Ach, übrigens hier, Wesen der Luft, ne? Wir haben doch Chip-Chip. Hm. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Ich soll in ein Bienennest greifen und Honig stehlen, während die Bienen im Nest sind? Ich verzichte. Du sollst einfach nur mit dem Marmeladenglas die Bienen anlocken und dann vielleicht eine fangen. Oder scheinbar brauchst du ja gar keine. Oh, was hat's hier? Ach, ein Ast. Ach, da ist unser Anglischschaft. Ein abgebrochener Ast? Vermutlich von einem der Bäume dort oben. Mhm. Seltsame Vegetation hier. Eigentlich findet man solche Pflanzen und Bäume eher im Süden. Das, ja, war interessant. So, rein in die Jackentasche. So, wunderbar. Ach, was ist das hier? Ach, trockene Erde. Eine der Bodenplatten ist zersprungen. Wann kann die Erde darunter sehen? Ah, vielleicht müssen wir die aufweichen mit Wasser. Die Erde saugt das Wasser auf wie ein Schwamm. Mhm. Bewegt sich etwas in der Erde? Ach, sichern Wurmer. Da sind Regenwürmer. Ja. Das Wasser hat sie nach oben gelockt. Ich nehme einige mit, bevor sie sich wieder verkriechen. Wunderbar. Hm. Lecker. Äh. Was war das? Wesen der Erde? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich lege einige Wesen der Erde in die Nische. Hm. Einige kriegen schon wieder raus. Die stecke ich wieder ein. Ah ja, aber einige sind dringend, oder? Ich habe einige Wurmer in die Nische gelegt. Mhm. Vielleicht gehen sie als Wesen der Erde durch. Ja, das will ich ja hoffen. So, okay, dann bauen wir uns jetzt mal die Angel. Die Schnur habe ich an den Stab gebunden. Und unten an der Schnur ist die Fischgräte als Haken. Fehlt noch ein Köder. Den haben wir, lieber Ivo. Den haben wir. Damit habe ich eine voll funktionstüchtige Angel. Ja. Robinson Ivo. To the rescue. So. Ja, dann können wir doch jetzt sicher einen Fisch fangen. Das wäre nämlich dann das Wesen des Wassers. Ganz genau. So sieht das aus. Hey, Wilbur. Willst du mir vielleicht helfen? Natürlich. Kannst du für mich einen Fisch angeln? Ich... Ich habe noch nie geangelt. Ich komme aus den Bergen. Es ist ganz einfach und völlig ungefährlich. Komm her. Mhm. Und jetzt? Jetzt wirfst du die Angel aus und wartest, bis ein Fisch angebissen hat. Oh nein. Ich soll... Einfach reinwerfen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Was zum... Es war... Woher weiß man, ob einer angebissen hat? Ähm... Es hat einer angebissen. Ja, toll. Ähm... Und jetzt? Wie geht es weiter? Du stellst dich wieder zu Cheep Cheep. Ich rufe dich, wenn ich wieder Hilfe benötige. Okay. Ich tue den Fisch in den Eimer. Da hat er zumindest etwas Wasser. Ja, Moment, wie jetzt? Ist sie jetzt reingehüpft zur Angel geschwommen und hat den Fisch vom Haken genommen oder was? Ja. Makes sense. Ja, doch. Doch, nee. Nee, macht Sinn. Macht Sinn. Mach ich auch immer so. Wenn ich angeln würde, was ich ja nicht mache. Oh mein Gott. Im Wasser schwimmt der Fisch, den Webo gefangen hat. Und ich hier hochgeschleppt habe. Ja, okay. Was war das Wasser? Das war ja Luft, glaube ich, ne? Das ist die Nische für das Wesen der Luft. Ach doch. Ich habe jetzt Wasser gelesen. Wasser der Luft. Ja, macht Sinn. Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Ja, okay. Dann kann es nur die untere sein. Der Fisch ist eindeutig ein Wesen des Wassers. Tja, armes Fischchen. Ich muss das leider machen. So. Ja, Wesen der Luft. Hallo, Cheep-Cheep. Ja. Da drüben am Tor gibt es vier Nischen. Und unter einer steht Wesen der Luft. Ja, ich dachte vielleicht, äh, könntest du dich mal kurz in die Nische setzen. Ach was, das ist keine Falle. Weibliche Intuition. Also gut. Ich fülle erst einmal die anderen Nischen. Dann reden wir weiter, okay? Ah, okay. Okay, okay, okay. Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Ich weiß auch nicht. Erkundungsflüge machen. Einen anderen Eingang in den Tempel finden. Kapitän Bonnet vom Schiff schubsen. Wieso darf dein Vogel helfen? Ich aber nicht. Cheep-Cheep kann auf sich aufpassen. Ich auch. Ich bin Diplom-Magier. Ja? Dann zaubere uns doch mal das Tor auf. Ähm, okay. Kannst du mir vielleicht helfen, an den Honig im Bienennest zu kommen? Ah. Aber wie? Vielleicht kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. Ach so. Ach so. Ja, jetzt flieg. Flieg, 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 flieg. Okay. Äh. Ich dachte schon. Ach so, ich kann schon. Sorry, Cheep-Cheep. Ähm. Hier, äh. Ich soll in ein Bienennest greifen und Honig stehlen, während die Bienen... Ach, come on! Ich verzichte. Ja, ich verzichte auch. Ich lasse es jetzt gut sein. Das ist also echt eine Timingsache. Ja, ich vergesse, dass das ja auch manchmal sein kann in einem Point-and-Click-Adventure. Meistens kannst du ja eine Sache drei Stunden lang verzögern und funktioniert immer noch. Okay, in dem Fall offenbar nicht. Das machen wir das nächste Mal nochmal, meine Lieben. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Part. Das nächste Mal geht's dann vielleicht auch in diesen Tempel rein. Ich hoffe zumindest. Und ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns. Deine Volt, wir hören uns. Beziehungsweise, besser gesagt. Bis dahin wünsche ich euch immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao, ciao!